Hallihallo! Heute möchte ich euch nochmal mit einem kleinen Video begeistern und es geht um den Hintergrund. Wir wollen unser Hintergrund einfach transparent machen. Wir öffnen erstmal ein Bild und danach machen wir den Hintergrund so transparent. Also wir gehen zur Datei, Öffnen. Wir öffnen, wir gucken wo wir ein Bild haben und dann öffnen wir einfach dieses Bild. Auch diese Blume öffnen wir einfach den Hintergrund. Das Bild haben wir hier und jetzt wollen wir den Hintergrund einfach so transparent machen. Wir gehen auf die Bene und dann Transparenz und Alpha-Kanal hinzufügen, dann drücken wir drauf. Jetzt holen wir unseren Radjira und dann stellen wir hier ein, wie groß unser Radjira sein sollte. Und hier suchen wir, was für einen Radjira wir haben wollen. Diesen Radjira wollen wir, mit dem wollen wir Radjira. Dann kommen wir auf unser Bild. Sie sehen schon, wenn ich drauf drücke, dann merken Sie, wie wir den Hintergrund so transparent machen. Jetzt sehen Sie schon, was wir damit erreichen können. Also wir können einfach so lassen oder ja. Dann speichern wir unser Bild einfach in einem Ordner. Und wir speichern das Bild nicht als JPEG, sondern einfach in einem anderen Format. Ja. Ja. Hier speichern wir das Bild. Also wir geben ihm einen anderen Namen. Ja. Boom. BNG. Also dann bleiben wir exportieren. Exportieren. Dann exportieren. Das Bild ist schon exportiert worden. Und jetzt holen wir ein neues Bild. Wir öffnen jetzt ein neues Bild, das wir haben wollen. Also vielleicht die Sonne so öffnen wir. Also Sunset, ja. Öffnen wir als Bild. Und jetzt haben wir unsere Sonne irgendwo hier. Ja. Das ist unsere Sonne. Und jetzt öffnen wir das Bild, das wir eben gespeichert haben. Aber als Ebene. Ja. Das Bild ist irgendwo. Hier haben wir alles. Ja. Das hier gespeichert. Das Bild ist hier. Und mit diesem Werkzeug hier können wir das Bild bearbeiten. Wie Sie sehen. Also wir können einfach so machen. Oder so. Einfach vergrößern, wie wir das haben wollen. Also wir können dann sehr tolle Sachen erzeugen. Sie sehen schon. Also man kann wirklich toll und richtige Sachen machen. Und wenn wir fertig damit sind, dann können wir einfach auf OK oder Skalieren drücken. Wir drücken auf Skalieren. Und dann haben wir schon unser Bild da. Obwohl es noch nicht so perfekt hier ist. Aber trotzdem sehen Sie, was wir damit machen können. Also. Und jetzt können wir einfach auf den Modus gehen. Auf die Ebene gehen. Gucken, wie wir das Modus einfach so. Wir können sagen, wir wollen keinen normalen Modus haben. Sondern was anderes haben. Dann sehen Sie, wie wir das verändern können. Also man kann damit sehr tolle Sachen erzeugen. Und von daher ist es wirklich eine tolle Sache. Also Sie können sehr viel tolle Sachen damit machen. Also. Und hier können Sie auch die Deckkraft ein bisschen weniger machen. oder erhöhen. Also. Und dazu können wir auch einen Text schreiben. Wie ich Ihnen eben beigebracht habe. Wir sagen vielleicht. Hosen. Vom Himmel. Ja. Und dann haben wir schon unser Text geschrieben. Wir wollen vielleicht meinen Namen nochmal drauf schreiben. Dann gehen wir auf Ebene. Und dann neu auf Sichtbaren drücken. Und dann schreiben wir einfach meinen Namen. Damit wir sehen. Ja. Ich war das Ding. Und wir wollen vielleicht die Schriftart oder die Schriftgröße ändern. Das können wir auch jedem alles machen. Und die Farbe können wir auch ändern. Wie wir das haben wollen. Also. Wir können wirklich sehr tolle Sachen damit machen. Also. Wie wir sehen. Also. Ich hoffe euch geholfen zu haben. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und freue mich demnächst das nächste Video mit euch zu teilen. Und wenn ich so.